Das, das, das Neu in die Kinos kommt jetzt Angry Birds, der Film. Und bei mir im Studio ist Christoph Maria Herbst, der Red, einen der Hauptcharaktere, synchronisiert hat. Erzähl uns doch mal ein bisschen, worum es in dem Film geht. Jeder, der das Spiel kennt von der App, weiß natürlich, dass es immer um die Eier, 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 Eier geht, die die Vögel legen. Und darum geht es auch im Film. Die Schweine haben nämlich alle Eier geklaut. Also mithin jede Familie zerstört und damit zukünftiges Leben eigentlich unmöglich gemacht. Und das ist der Plan, nicht wie Chuck vorschlägt, okay, dann machen wir eben neue Eier. Sondern Red sagt, das kommt überhaupt nicht in die Frage. Wir holen uns diese Eier zurück, denn es sind unsere Eier. Das tut man nicht. Jemandem die Kinder, die Eier wegnehmen. Und das ist dann eben ihre Mission und ihr Plan, die Eier quasi, also ihr Eigentum zurückzustehen. Die Hauptcharaktere Red, Chuck und die Bombe sind ja drei Charaktere, wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten. Welchen Bezug haben diese drei zueinander? Die gehen ja wie die drei Musketiere oder drei Muskelvögel, gehen die durch den Film, wachsen dann immer mehr zu einer verschworenen Gemeinschaft zusammen. Und ich möchte am Ende des Films nicht sagen, dass sie dickste Freunde sind. Aber Red lässt sie ein bisschen mehr, ein bisschen näher an sich ran. Das ist sehr schön. Es ist sehr emotional. Und es ist auch in keinster Weise kitschig. Der Charakter, den du synchronisierst, Red, wie kannst du den beschreiben? Wie muss ich mir Red vorstellen? Red sieht aus wie so ein kleiner, gefiederter Alarmknopf. Und das ist er auch. Der ist wirklich der fleischgewordene Zorn irgendwie. Und der geht ziemlich schnell, kriegst du den so auf die Palme. Und das ist eine Gabe letztlich, mit der er nämlich die Welt der Vögel am Ende rettet. Weil er stellt fest, Zorn und Wut kann durchaus etwas Positives sein. Vor allem, wenn man eine Schlacht zu schlagen hat gegen fiese, grüne Schweine. Und er bringt dann eigentlich seinen gefiederten Brüdern und Schwestern diese Wut bei. Und macht aus diesen Vögeln Wutvögel. Gibt es denn in dem Film auch bestimmte Momente, die dir besonders gefallen haben? Ich habe ganz, ganz viel gelacht in dem Film. Ich habe wirklich schon einige Filme und auch Animationsfilme synchronisieren dürfen. Aber so wie bei Angry Birds, der Film, habe ich das echt noch nicht erlebt. Dass mich Szenen, Dialoge auch, die so unfassbar auf den Punkt gebracht sind, mich immer so aus den Latschen kippen vor eigenem Gelächter irgendwie. Und ich bin eigentlich keine Lachwurzen. Ich kann mich dann eigentlich immer sehr schnell zusammenreißen nach dem Motto, okay, jetzt kenne ich den Witz, ich habe sehr gelacht, jetzt wollen wir wieder synchronisieren. Nein, das ist mir sehr oft nicht gelungen. Ich oute mich hier sehr gerne. Inwieweit musstest du mit deiner Stimme tricksen und diese verstellen, um Reds synchronisieren zu können? Man wollte eigentlich quasi im besten Falle meine Stimme so haben, wie sie ist. Und eben jetzt auch nicht so Trickfilm-quietschig, wie aus alten Disney-Produktionen oder so Donald Duck-mäßig, sondern möglichst sehr natürlich. Und das ist, glaube ich, auch ein guter Plan. Den gibt es ja schon seit vielen Jahren im Animationsbereich, dass man eben mit sehr erwachsenen, sehr normalen Stimmen spricht. Und dadurch entsteht ein sehr schönes Spannungsfeld irgendwie zwischen den Erscheinungen, nämlich so ein kleiner, eigentlich niedlicher roter Vogel, der da mit seiner Stimme daherkommt. Das ist sehr lustig. Wie kann ich mir das im Tonstudio vorstellen? Gerade bei einem Charakter wie Red, da kommt es doch bestimmt zu vielen skurrilen und lustigen Lauten. Ich musste noch nie bei einem Animationsfilm so viele Laute, so viele Geräusche mit dem Mund machen, wie bei diesem Film, weil der ist irgendwie ständig auf der Flucht, der ist ständig am Laufen, gerade die Eröffnungssequenz, die ist schon so virtuos und so wild, wo ich minutenlang eigentlich nur hechle und quietsche und schreie und Purzelgeräusche mache. Das war schon eine besondere Herausforderung und macht sehr viel Spaß. Was macht Angry Birds, der Film so besonders und warum sollte man ihn auf keinen Fall verpassen? Angry Birds, der Film ist für alle ein Muss, die mit ihrer Familie was Tolles erleben wollen, weil es ist wirklich Family Entertainment at its best und ich habe kaum einen Film in den letzten Jahren erlebt, der so sehr wirklich alle Altersstufen bedient. Es ist wirklich ein Film für alle zwischen 0 und 99, hätte ich jetzt fast gesagt, wie es manchmal auf den Gesellschaftsspielen so steht. Da ist für jeden was dabei und deshalb sollte man sich das nicht entgehen lassen. Ich bedanke mich für das Interview. Das war Christoph Maria Herbst, mein Name ist Axel Fricke und das war unser Interview zum Kinokracher Angry Birds. Das war unserirs rim לי 안�omenet. Also, wer macht Party realmente nach links. Wenn infinity einsatz futbolzen ist, dann aus dem 이해 wirklich sofort Fast e изуч diagonal vorhanden du hörnigstubstubstubstubstubstubst. Das war unser Filmmrich知道, was auf P Frederica Tre westfowie ist einfach so gutverzigstubstubstubstubstubstubstubstubstubstubstubstubstubstubstubstubstubstubstubstubstubstubstubstubstubstubstubstubstubstubstubst ja Ahmednusschle und fockest rearchtf Haniッ quieres? Vielen Dank.